Der Event zum Jahresauftakt. Göppinger Abend der Technik am 18. Januar. Spannende Vorträge warten auf euch. Analog und digital. Ein Vergleich mit Prof. Dr. Klaus Harig. Wie wird die Digitalisierung unsere Wirtschaft revolutionieren? Wirft einen Blick in die Zukunft mit Prof. Dr. Mario Rosteutscher. Bereits ab 15 Uhr präsentieren Studierende von Wirtschaftsingenieurwesen und Mechatronik ihre Projekte im Foyer von Gebäude 4. Alle sind herzlich eingeladen.